Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Folgen werden ca. 15 Minuten Bosskampf und zwar der Final Boss, genau, der finale Boss von Titan Souls. Ist ein kleines Indie-Game mit drei Spielkomponenten, Rollen, Schießen und Pfeil zurückholen. Man hat bloß einen Schuss, wenn man den verkackt hat man eigentlich auch schon verkackt. Man muss Bosse besiegen und nun ja, ich habe jetzt den Final Boss, jetzt mal richtig. Besiegt, davon kriegt er einen Zusammenschnitt. Naja, ne Zusammenschnitt ist es nicht, es sind eigentlich Uncut 15 Minuten gewesen. Naja, kurz mal reingehen, habe 197 Tote gesammelt, wie man gerade gesehen hat. Und ja, das ist halt die Mechanik, Rollen, Schießen, Pfeil zurückholen. Mehr kann man nicht machen und jetzt viel Spaß. Mehr kann man nicht machen. Mehr kann man nicht machen. enasheiden, Versenbehnung Blue, Juni von Islam, Schieß, 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 Schieß. Weiter ist eine Teil des Geos zu sehen hat man selber, wenn man mehr sanding und sieht gut draufig, woanders gar nichtalah. üyornd Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020